Hallihallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mal mit einem etwas speziellerem Thema. Es geht nicht um Photoshop, nicht Lightroom, keine Bildbearbeitung und auch kein Reisevideo. Heute geht es ums Fotografieren, ums Bilderaufnehmen mit dem Handy. Heutzutage ist ja wirklich das Handy so die Kamera, die man immer dabei hat. Ich bin jetzt vor kurzem auf dem iPhone XS Max umgestiegen, auch aus dem Grund der neuen Kamera. Ich bin von dem 7 Plus jetzt auf das XS umgestiegen und ich muss sagen, man merkt da schon nochmal einen deutlichen Unterschied in der Qualität. Nicht nur, weil das Display besser aussieht, sondern auch die Bilder an sich. Die Stabilisierung, wenn man mit der zweiten Kamera arbeitet, also mit der gesumten, ist wesentlich besser geworden. Und auch so das ganze Verhalten bei Dunkelheit und so weiter wesentlich besser. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht um diese kleinen Helfer hier, die Linsen fürs iPhone. Denn die werden ja auch immer, immer wichtiger. Sorry übrigens, wenn ich immer iPhone sage, aber hey, ich nutze halt ein iPhone. Das geht natürlich auch mit allen anderen Telefonen, ob du jetzt ein Android, ein Pixel, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Denn ich bin seit Jahrzehnten, gibt es das schon so lange? Egal. Ich bin schon immer iPhone-User und werde es auch immer bleiben. Hoffe, das bereue ich nicht irgendwann, dass ich das gesagt habe. Egal. Es geht auf jeden Fall um Smartphone. Wenn ich iPhone sage, meine ich einfach Smartphone. Denn mit so Linsen hast du eben ganz tolle Möglichkeiten. Und es gibt halt verschiedene. Es gibt sehr viele verschiedene auf dem Markt. Und deswegen dachte ich mir, ich habe jetzt mal drei verschiedene getestet. Ich gebe dir mal so einen kleinen Review darüber. Was fand ich jetzt ganz gut? Was fand ich nicht so gut? Und da möchte ich auch direkt einsteigen. Was es mittlerweile überall gibt, sind diese Clip-On-Sachen. Das ist so ein kleiner Clip. Den packst du dir, egal was du hast, hinten auf deine Kamera drauf. Oder vorne auf die Frontkamera. Bist relativ flexibel, nimmt nicht viel Platz weg. Du hast hier vorne außerdem die Möglichkeit, wirklich auch was drauf zu schrauben. So verschiedene Linsen. Fish-Eye, White, was es da alles gibt. Das Problem ist aber, dass diese Dinger zum einen hier vorne immer krass auf dein Glas drücken. Was natürlich bei diesen riesen Glas-Displays scheiße ist. Weil die dann ab und zu auch wirklich mal springen. Und, was du dir wahrscheinlich denken kannst, da hinten die Linse auch wirklich zu finden, ist nicht immer ganz so einfach. Und wenn das nur einen Millimeter verrutscht ist, dann hast du auf irgendeiner Seite eine Unschärfe oder hast einen schwarzen Rand. Es ist wirklich schwer, das Ganze auszumitteln. Und daher sind diese Dinger, also die kosten 15 Euro, 20 Euro, gibt es ab und zu an der Kasse irgendwo, voll okay, um das mal auszuprobieren, um mal reinzukommen, um zu schauen, hey, ist das was für mich? Aber für die Dauer würde ich die auf jeden Fall nicht empfehlen. Dann haben wir so die zweite Variante. Ja, die habe ich jetzt nicht da liegen, aber das sind die, das waren, ich blende es dir mal ein, von Olu Clip hatte ich die. Das war ein Set mit einer Hülle quasi und dann hattest du oben den Clip, den du drauf magst und da hattest du jeweils vorne und hinten eine Linse dran. Riesen Vorteil, du konntest die Frontkamera mit benutzen und die Hinterkamera. Du konntest es einfach draufschieben, drehen und so weiter. Das war echt mega easy, hat gut funktioniert. Von der Qualität, ja, auch annehmbar. Also ich war ein paar Monate mit denen unterwegs, glaube ich, so fast ein halbes Jahr irgendwie und war echt zufrieden. Also das war voll gut, kostet 100 Euro, glaube ich, oder 130 Euro die Packung, ist aber sowohl für das Plus, also für das 7 Plus war das damals, als auch für das Siemer ist beides drinnen. Also ein kleines Case, ein großes Case. Das Case hast du gebraucht, dass eben diese Vorrichtung mit der Linse drauf auch oben einrastet, ja. Also das hat auch gesessen. Das war wirklich auch auf der Linse drauf und hat gepasst. Ich zeige dir hier mal auch ein paar Bilder gleichzeitig, blende ich dir mit ein, welche jetzt mit der Linse gemacht worden sind. Ich hatte da eine White, ich hatte die Fisheye und wenn du von der Fisheye das Objektiv runtergeschraubt hast, dann konntest du sogar noch nah ran und Makro fotografieren. Da habe ich jetzt kein Beispielfoto, ich bin kein Makrofotograf, aber die White und Fisheye, die habe ich doch sehr, sehr häufig genutzt und ich fand es eine geile Erweiterung zum Telefon. Das Problem ist, bei den Linsen, da war es eben an den Seiten nicht ganz so scharf. Ich zeige dir das auch mal im Vergleich zum normalen iPhone-Foto. Wenn ich das mache und wenn du jetzt daneben siehst, hey, das kommt raus, wenn ich jetzt das White zum Beispiel drauf schraube, dann siehst du, hey, da kriege ich schon wesentlich mehr mit auf dem Bildschirm. Hey, und die Qualität ist voll okay. Wenn ich da mal reinzoome und mir das anschaue, das passt, da sieht man eigentlich nur ganz wenig unschärfe Verzeichnung am Rand usw. Ist voll okay. Ja, mit dem neuen Telefon, jetzt habe ich aber auch die Linsen nochmal auf ein neues Level gekoben und habe mir mal die von Moment bestellt. Da habe ich einmal das 18 Millimeter und einmal das 170 Grad Fast Fischei. Oder es ist eigentlich so gut wie ein Fischei, ja. Du kriegst unfassbar viel drauf, aber auch auf das 18 Millimeter. Und was da halt auffällt, im Gegensatz zu den Olos, das ist eine krasse Qualität. Schade, dass du es nicht selbst in die Hand nehmen kannst, aber die sind richtig schwer. Da ist Glas drinnen, das ist Metall hier. Das ist eine super Verarbeitung. Die haben hier vorne natürlich auch, wie die anderen auch, so einen Deckel drauf. Und es sieht auch wirklich aus wie eine Linse, ja. Volles Glas. Und da merkst du jetzt wirklich, auch wenn du Fotos magst, nochmal die Qualität. Auch hier wieder der Nachteil, du brauchst auch hier eine Hülle, eine hauseigene Hülle. Die haben ein paar verschiedene. Es gibt jetzt nicht die mega viel, mega große Auswahl, aber das finde ich voll okay. Holz, schwarz, wunderbar. Warum? Auch die arretieren hier hinten. Das heißt, du hast hier oben so einen kleinen Schlitz, hast hier oben einen kleinen weißen Strich, packst es aufeinander, drehst es und die ist jetzt richtig fest. Das ist noch fester wie die von Ollo Clip. Das ist ein richtig massives Teil, was du da hinten dran hast. Da bewegt sich gar nichts, passt hundertprozentig, ja. Macht das iPhone mächtig schwer, was für die Kameraführung ganz gut ist eigentlich, ja. Aber es trägt natürlich schon ordentlich auf. Was jetzt da der einzige Nachteil ist, den ich feststellen konnte, ist wirklich, dass beim Fischei oben am Rand, das ist aber ein Problem, muss ich gleich dazu sagen, das tritt hauptsächlich beim iPhone XS Max eben auf, das steht auch im Internet so, dass ich oben am Rand eine ganz leichte schwarze Minitierung habe. Bei den Olos zum Beispiel ist es so, da habe ich einen richtig runden Kreis, ja, also da habe ich eine, das Fischei ist sowas von rund, dass außenrum alles schwarz ist. Sieht auch cool aus, ist aber nicht immer ganz so förderlich, ja. Vor allem, wenn ich große Bilder mache und dann habe ich außenrum erstmal schwarzes Doof. Bei dem habe ich es nicht, aber oben, und das kommt von der, von der Stabilisierung, was sich da innen drin halt so ein bisschen Linse, Sensor und so weiter verschiebt, dadurch habe ich da oben ab und zu diese schwarzen Rahmen drin, was schade ist, ja. Und das ist aber auch der einzig Negativpunkt. Die Linsen liegen jetzt Stückpreis ca. bei zwischen 80 und 100 Dollar. Wie gesagt, die Olos, da hast du ein ganzes Paket für 130 sowas bekommen. Also das ist schon nochmal ein bisschen mehr, die Hülle kostet ein 20er oder ein 30er, ist voll okay, aber die Qualität ist echt top. Also finde ich richtig gut. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin von absolut keinem dieser Marken auch gesponsert worden, auch das Video ist nicht gesponsert, ich kriege kein Geld dafür, dass ich das sage, ich will einfach nur dir einen Mehrwert bieten, weil ich weiß, dass es da draußen ganz viele verschiedene Linsen gibt und du fragst dich, hey, welches soll ich denn testen? Oder soll ich überhaupt eine testen? Das ist ja die Nummer 1 Frage eigentlich. Und mein Ding ist halt wirklich, ich habe jetzt für mich so einen Workflow gefunden, wo ich sage, hey, ich bin, wenn ich im Urlaub bin, wirklich nur noch mit einer kleinen Kamera und meinen Handylinsen unterwegs. Ich habe eine Festbrinweite auf meiner kleinen Knipse, damit mache ich so ein bisschen Lifestyle, ein bisschen durch die Gegend laufen, Urlaubsbilder knipsen und so weiter. Aber wenn ich dann irgendwo reingehe und merke, hey, diese, ich weiß nicht, was ich da drauf habe, das sind 35 Millimeter, 28 Millimeter, irgendwie sowas, das langt eben offen nicht, um große Dimensionen darzustellen. Und dann gehe ich einfach her, mache die Kamera weg, hole das Handy raus, schraube kurz die Linse drauf, zack, und bekomme drauf, was ich möchte, entweder mit den 18 oder mit den 170 eben. Damit bin ich komplett gecovert, habe eine super Performance. Mit dem iPhone kann ich ja sogar auch nochmal zoomen, ja, wenn ich das große habe oder das neue, das X kann ja auch schon zoomen. Das konnten ja wirklich nur die alten, einfachen Nicht-Plus-Modelle nicht. Das heißt, ich habe hier einen zweifachen Zoom auch mit drinnen. Ich habe alles abgedeckt, was ich irgendwie brauche und für mich ist es, wenn ich unterwegs bin, die optimale Ergänzung. Also ich möchte nicht mehr ohne diese Linsen. Ich habe es jetzt nicht in der Fußgängerzone dabei, aber wenn ich wirklich irgendwo hinreiße, habe ich die einstecken. Und ich finde es einfach eine tolle Ergänzung zum normalen iPhone-Foto, was ja auch schon richtig, richtig, richtig gut ist. Ich zeige dir jetzt hier nochmal kurz von den Moment-Linsen auch, so diese Staffelung. Ich habe tatsächlich in New York mal in der U-Bahn-Station ein Bild mit einem normalen Handy gemacht, also mit einer normalen Handy-Kamera, dann mit dem 18mm und dann mit den 170er, dass du mal siehst, hey, was tut sich da eigentlich und da merkst du auch, hey, es macht wirklich Sinn, in solchen Locations dann auch auf solche Weitwinkel oder solche Linsen zurückzugreifen, die es eben darstellen können. Es müssen nicht unbedingt die teuren sein, es tun auch die für 100 Euro, die für 20, ja, die kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich hoffe, ich habe dir mit dem Video ein bisschen weitergeholfen, falls noch irgendwelche Fragen offen sind, hau es einfach in die Kommentare. Wenn du irgendwelche ganz anderen Linsen hast und sagst, ey, die sind super toll, ja, dann schick es doch auch mal bitte in die Kommentare. Wenn du welche von denen jetzt hast und sagst, ey, ich bin mega zufrieden, auch unten mit rein, ich will, du merkst schon, ich will mich einfach austauschen mit dir. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über den Daumen nach oben, und vielleicht hast du auch, bist du der mega Top Fotograf und hast im Freundeskreis viele, die so ein bisschen einsteigen wollen in die Fotografie, dann empfiehle ihnen doch gerne das Video, weil, hey, ganz ehrlich, es macht doch keinen Sinn mehr für einen Laien, sich irgendwie eine kleine Kompaktknipskamera irgendwie für 300, 400 Euro zu kaufen. Da soll er lieber ein bisschen mehr investieren, sich ein neues Handy holen und dann hat er doch ein Top Gerät sowieso immer dabei, macht 1A Fotos mit einer Linse oben noch drauf, bist du ja komplett ausgestattet. So, das war es jetzt mit dem, ja, Review würde ich es nicht wirklich nennen, ich habe einfach meine Erfahrung von den drei Linsen jetzt mal dir mitgeteilt und ich freue mich, wenn es dir was gebracht hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank.